Dingo Games Bei Stranded Deep müssen wir natürlich immer Haie umbringen und tralala Und hier spielen wir halt nicht nur den Hai, sondern auch mal den Delfin, den Eisbären, den Kraken oder den Wal Ich weiß gar nicht, was wir hier spielen Im Grunde genommen fangen wir mit dem Goldfisch an Und bevor ich lange quatsche, drücke ich schon mal auf Play und wir fangen mal an Wir sind hier in der ersten Stage, hier müssen wir uns durchprügeln Ich glaube nicht, dass wir das in diesem Let's Play machen werden In diesem Video, in dieser Folge, ich weiß es gar nicht Müsst ihr entscheiden, schreibt es doch mal in die Kommentare, ob wir das hier alles durchziehen sollen Oder ob wir jetzt hier einfach bei dem Ding bleiben Ist mal was anderes, sowas hatte ich glaube ich noch nie auf dem Channel Aber ich dachte mir, so als kleines Zwischendurchding, kann man das mal machen? Ich fange einfach mal an Mhm, do not overfeed Best time, lalala Wir achten mal gar nicht auf die best time, die ist mir nämlich egal Mir geht es mehr um den Spaß als... Oh Hier ist die sehr wichtige Vorgeschichte, wie wir damals im Local Pet Store gekauft wurden Wir sind ein kleiner Goldfisch Goldi, der Goldfisch Und äh, wir werden von unserer Besitzerin quasi geliebt und geknuddelt und gefüttert natürlich auch Und hier sieht man schon, da kommen die ersten Fisch-Krümelchen Ich weiß nicht genau, wie das da heißt Ähm, wahrscheinlich wichtige Algen-Spurenelemente Oder Smarties, M&Ms, vielleicht auch Akne-Pickel Ich weiß es nicht, mit was wir hier gefüttert werden So fängt unsere Reise jedenfalls an Im Goldfischglas Und wir sind ein kleiner, niedlicher Goldfisch mit Zähnen Ich hält dich gerade fest Ein Fisch mit Zähnen, sowas hatte ich noch nie Schau mal vor, du findest Zähne da im Fischstäbchen Das wäre aber merkwürdig So Vielleicht sind wir ein Piranha Ich weiß es nicht, auf jeden Fall wurden wir als Goldfisch verkauft Und jetzt schnappen wir uns Man sieht bereits Aha, jetzt wechselt also Uah, und wir sind auf einmal sehr viel schneller Uah, ich komm gar nicht mehr hinterher Und, uah, oh Gott Jetzt sind wir ins Waschbecken geplumpst Und treten die große Reise an in Le-Ozean Oh Gott, hoffentlich werde ich selber nicht gefressen So, und hier müssen wir uns halt großfressen Ich glaube, das hier ist alles noch so Anfänger-Stages Ich kann mir vorstellen, man wird später selber gefressen Jetzt momentan scheinen wir hier nicht Gefahr zu laufen Also nutzen wir die Gehirngegenheit und snacken uns hier mal einfach durch die Saftbar Ah, jetzt können wir auf die Dann halten wir uns gar nicht mit dem kleinen Vieh auf Sondern fressen hier gleich die großen Obwohl, naja, gut, weißt du was, nehmen wir noch mit Die Musik ist auch so schön Lalalalalala Und wir müssen uns natürlich durch die Nahrungskette hocharbeiten Und jetzt dürfen wir auch hier Und man sieht bereits die Flüchten jetzt vor uns Weil die natürlich Schiss haben Und wir sind im Grunde genommen Sind wir ein Kannibalenfisch Kann man so sagen Aber andererseits Andere Fische fressen sich ja auch gegenseitig Ah, und wir haben es geschafft In 1 Minute 40 Ist immerhin ein Sternchen Ist jetzt nicht so mega viel Aber was willst du machen? Ist egal Wir haben sogar eine Cola Dose gegessen Für den Umweltschutz Für die Umwelt spiele ich dieses Spiel So, dann machen wir gleich mal weiter in der nächsten Stage Ja, Mann Es ist Goldfischzeit Okay, Aeropoint zu laden Okay Also, wir sind momentan Jetzt sind wir wieder klein Ich habe Angst, dass wir selber gefressen werden, ehrlich gesagt Ich bin ein Goldfisch, Baby Ich bin ein Goldfisch, Baby Mama, sag du, warst ein Gold, Junge Ich war schon immer Fisch Oh, yeah Manchmal riech ich auch nach Algen Algei Oh, Alter, was machen denn so viele Quietschentchen hier oben? Quietschentchen Nur mit dir Platsche ich so gerne hier Quietschentchen Oh, die flüchten jetzt sogar Die kleinen Drecksäcke So, da haben wir es wieder geschafft Kein Stern Aber Rekord Toll Aber wir haben leider keinen Stern Eine Minute Hey, das war doch gar nicht so schlecht Wir können es leider auch nicht retryen Wir können hier nur kontinuen Und machen hier auch noch mal weiter Gucken wir uns mal alles durch ein bisschen Wir werden leider keine Sterne sammeln Fürchte ich Be careful all around large entities Some of them will hurt you if they touch you Siehste? Huch Ach, Alter, mit der Maus geht das auch super Mit der Maus bin ich sogar viel schneller Mit der Maus bin ich viel schneller als mit dem Gamepad So, vor denen sollen wir uns vorsehen Weeee Wow, Alter Pfff, puh, 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 puh ... Ich werde die alle noch wegfressen Später Aber jetzt momentan müssen wir Müssen wir selber ein bisschen vorsichtig sein Pua, hier ist nix Kommen wir hier noch runter? Ne, unten sind nur die Bösen Nein, uah Alter, das Gamepad vibriert bei mir und ich hab's gerade direkt auf dem Sack liegen Das ist Oh, cool Ja, yeah Ihr blöden Pisser Ihr habt gerade Ja, vibriert In meinem Schritt vibriert Also mit der Maus geht das wesentlich schneller Okay, ich leg das Gamepad direkt mal beiseite Wir haben sogar ein Sternchen bekommen Ich empfehle also für Leute, die das auch spielen wollen 5 Euro auf Steam gerade Ich mach einfach mal schamlos Werbung Du wirst voll von Indie-Entwicklern bezahlt Genau, weil Indie-Entwickler haben Millionenbeträge Um mich, der ich ja am Tag 5 Millionen verdiene, zu bezahlen Ist doch klar Ah, mit dem Maus-Button können wir auch boosten Äh, okay, das klappt nicht so gut Ich weiß gar nicht, können wir schon Hallo Hallo Robi Robmann Aua, aua, der frisst uns ja auch Ciao Du fette Kröte Mist Mist Alter, das macht voll Spaß Aber es ist leider Die Maus ist gerade ein bisschen über Anspruch So, da war er weg Hat ein bisschen länger gedauert Also eine Minute, nicht mal Länger gedauert Im Anführungszeichen Aber egal Boah, das macht voll Spaß Muss ich mal Ich muss das zugeben Ja Stranded Deep Das Stranded Die Musik ist auch total geil Ich fress Familien auf Oh, da bin ich noch nicht groß genug Boah, scheiße, ein Taucher Können wir den auch fressen nachher Aua Da ist ja auch die Boje von Stranded Deep Zufall? Ich glaube nicht Oh, ich habe gerade die Boje Äh, das Boot gefressen Hab ich gerade Ich dachte, ach so Ich kann die Böwen fressen Ich dachte gerade, ich kann den Typen da fressen Nein, scheiße Ich dachte, ich bin so weit Geh weg, geh weg, du scheiße Robbe Robbe, 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 Mann Muss mich wohl ein bisschen beeilen Aua, jetzt tun mir doch nicht weh Boah, ich will den Soundtrack haben Ja, Robben fressen Geil Dämlicher Angler Kann man Menschen fressen hier? Ist das, ist das USK? Boah, Alter Ho, ho, ho Okay, wir kriegen, wir kriegen Besuch von Alter, wie geil dieses Spiel ist Das ist so doof einfach Oh, ich muss mal mit dem Hai aufpassen Äh, mit dem Wal Ich dachte, ich dachte Der kämmt hier den Ozean nur nach Plankton Aber offenbar auch nach uns Oh, Schwertfische Lecker, lecker Schwertfisch Köstlich Und Menschen Schwertfisch und Menschen Oh Ich glaube, wir müssen tatsächlich so groß werden Dass wir einen Wal fressen können Das nenne ich mal einen genetischen Effekt Beim, beim Goldfisch La, 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 la Boah, Hiffe Juhu Lecker Yeah Yeah, geschafft Und wir haben sogar noch einen Stern bekommen Geil, Alter 130 Fische mussten wir essen Alter Schwede Boah, meine Mausarm Da krieg ich jetzt richtig Muskeln dran Ho, ho, ho 20 Menschen 14 Taucher Also Taucher sind natürlich keine Menschen Deswegen So Alter, das macht voll Spaß Paddelpicknick Hallo Hallo Freunde Ich bin der Goldfisch Ja, ja, ja Dass die sich nicht wundern Hey, danke Hm Deswegen heißt das Paddelpicknick Oh, Entschuldigung Ich will Ich will Ich komm da nicht weg Ich komm nicht weg Hilfe, ich komm hier nicht weg Ich muss mal klicken eben Na ja, Gott sei Dank So Oh, ja Jetzt hab ich Ich hab doch gerade Ich hab doch gerade Ja Jetzt muss ich die gelben Und die anderen wundern sich natürlich nicht Näm, 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 näm Okay Gelbe, gelbe, gelbe Ich will gelbe essen Gelbe, gelbe essen Ich will gelbe essen Ich kann es einfach nicht lassen Gelbe, gelbe, gelbe sind lecker Und grüne hol ich mir morgens vom Bäcker Grüne, rote, mir egal Ich esse euch alle Ein für alle Mal Ich esse euch alle ein für alle Mal Nam, 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 nam Yeah, geil Ein Sternchen gibt's auch wieder Freu ich mich Ich wünschte, ich wäre schneller Bin ich aber nicht Bin ja schon alt So Ach, du Heilige Ach, du Heilige Ich weiß gar nicht Was soll ich denn hier Was soll ich denn hier Ah Ah, ich kann erstmal nur Kleinen Seitendinger Das ist auch immer was anderes Also ich muss tatsächlich sagen Das bietet sogar noch Abwechslung Ich komme mir gerade langsam vor Als würde ich hier Werbung machen So eine kleine Werbung-Hure Bin ich aber nicht Das macht einfach nur Spaß Kannst du mal gucken Und wenn du keinen Spaß verstehst Dann schlag da im Lexikon nach Oder frag deine Mutter Die konnte mal welche verstehen Sonst hätte sie hier nicht geboren So Du Grießgraben So, Stadtreinigung Und Und Weiß gar nicht, ob ich hier alles Alles komplett wegfressen muss Das weiß ich gar nicht Ich probier's einfach mal Halt, da hab ich was vergessen Wahrscheinlich ist Level-Vorgabe Ich muss hier alles wegräumen Oh, doch nicht alles Okay, leider keinen Stern Ich weiß gar nicht, was wir da gegessen haben Gerade, keine Ahnung Allgai und Rosen So, als nächstes kommen wir da Das geht doch relativ gut Fischer-Man-Fiest Oh, wer ist ein Fischer? Der ist ein alter Stricher So, wir bleiben aber erst mal bei Krebsen Ach, cool Was macht er denn da? Eimer kann ich jetzt auch fressen Und Fische Und Fische, Fische, Fisch Fischer, Fische Fischermanns Fritze Entschuldigung War keine Absicht Jetzt komm ich da nicht mehr hin Oh Was beschwert er sich denn so Der Fischermann So, da haben wir das auch Leider keinen Stern Weil wir müssen zu langsam waren Man muss immer erst mal gucken Beim ersten Durchlauf Was genau man machen muss Wo man genau anfangen muss Und so weiter Deswegen Naja, aber egal Wir haben ja Spaß Also ich zumindest Du ja nicht so Crab Cuisine Okay, wir müssen Ach Siehst du, muss ich wieder erst mal gucken Was genau ist zu tun Ich sehe überall Krabben rumlaufen Die sehen aber viel zu groß aus Deswegen erst mal gucken Ob es was kleineres gibt Lalalalalalalalalalalalalalalalalala So viel Krabben wie man fröhlich ist Im Restaurant bezahlst du richtig viel Geld für Alter, was denn jetzt los Jetzt können wir Ah, jetzt können wir auch wieder Jetzt sind Level größer geworden Aber wir können uns hier nur von Krabben ernähren Wie es aussieht Und wir werden immer schneller Je größer wir werden Desto schneller werden wir Ist eigentlich Fast ein bisschen ironisch Weil normal wird man ja da langsamer Dacht ich So, ich schnabuliere die einfach alle mal weg Und dann geht es hier Jam 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 Geht es direkt mal weiter Oh, hallo So Dum di dum di dum Lalalala Lalalala Lalalalalala Hey 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 Hopta Jam dam 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 Ich feiere die Musik übrigens Ich feiere den Soundtrack Hab ich glaube ich noch nie gesagt So Langsam werden wir aber zu fett hier für die Gänge, ne? Du wirst zu fett für diese Gänge Du wirst so fett wie dein ge Heißener Vater So Alter, ich stürze mich hier ins Buffet Boah, ich Ich kriege ja echt langsam einen lahmen Mausarm Ja Haben wir geschafft Zwei Sterne Leck mich am Arsch Und wir haben am Anfang Zeit verloren Egal Weiter geht's Mit Seaweed Special Also Algen Special Die sind hier alle so groß Was soll man denn hier essen? Seaweed? Okay, das sind kleine Perlen, die wir essen können Aber sonst gar nichts Wir müssen uns also erstmal hocharbeiten In der Nahrungskette Ah, jetzt können wir die essen So Nach und nach Einmal durch die Nahrungskette Schlamüsern Die Story ist halt auch sehr deep, ne? Aber ich glaube, darauf kommt sie ja auch Weniger an Die kann ich noch nicht essen? Okay So, da konnte ich gerade die Muscheln Ah, jetzt kann ich die Enten Jetzt kann ich auch die kleinen Krabben und Flaschen Glasflaschen, natürlich Dass die großen Krabben nichts machen, wenn wir denen quasi die Kinder weg essen Das wundert mich ein bisschen Aber hey Man kann ja genug nachproduzieren Ich würde mich auch nicht wundern, wenn da jemand ist, der mir die Kinder weg ist Da würde ich sagen Ja, hey Was soll's Der hat bestimmt Hunger So, jetzt kann man auch schon Teil vom Sea-Leak essen Das ist sehr gut Alter Geil Drei Sterne Lenk mich am Arsch Geil Je schwerer es wird, desto cooler werden wir Aber natürlich wird es nicht schwerer Es wird ja nicht wirklich schwerer Und wir haben bis jetzt noch nicht richtige Feinde gehabt Aber ich glaube, das kommt alles noch Ich kann mir vorstellen, dass Oh, hier ist irgendwie Zucht drin So, wir kommen hier aber momentan Ah, wir kommen hier noch weiter Wie gesagt, man muss immer erstmal gucken Wie die Level so aufgebaut sind Und was da so ist Ich vermute mal, wir werden erstmal Schatztruhen essen können Irgendwann mal Ich werde ja erstmal hier hin und her pilgern Ich will Menschen essen Oh, jetzt können wir die Schatztruhen essen Hervorragend War da oben noch eine Sehr gut Menschen können wir noch nicht essen Jetzt können wir Menschen essen Menschen, Menschen Lecker, lecker Jetzt können wir Menschen essen Lecker, lecker Njam, njam, njam Kransch, kransch Der Knochen knackt Kransch, kransch Eingesackt Was machen die hier auch in unserem natürlichen Territorium? Die müssen auch wissen, dass wir am Kno runtergespült wurden Und letztendlich den Hass auf die Menschheit haben Weil wir gefüttert wurden Lecker, lecker Der Heinz und der Gerd Die ess ich vor dem Pferd So, hui Ah, jetzt können wir Huioioi, Alter, was Da fahren Autos rum Warum fahren da Autos rum? So, momentan die Autos tun uns zum Glück nix Was ist denn hier für ein Durchgangsverkehr? Das ist ja voll die, voll die Kreuzung So, kann ich jetzt immer noch nicht Mann, ich hab so'n Hunger auf Autos Ich kann's gar nicht sagen Ich wollte schon beim Bringdienst anrufen Und mir Autos bestellen Aber leider Heute hab ich Bock auf Chinesisch Ich esse mal Toyota So, ein bisschen Fleisch zwischendurch So, jetzt können wir die Autos Auch noch die fetten Autos fressen So, nam 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 Warum brüllen die denn so Die wissen doch Die können ja im Schicksal gar nicht ausweichen So, Alter Meinem Aus, Hans Alter Schwede Ich krieg hier langsam schon Zug Ich hab ja bald ne Rinne durch den Tisch gezogen. Weil hier die ganze Zeit die Maus hin und her ziehen muss. So was kann man als nächstes essen? Huch! Bis jetzt? Nein! Nein! Tasty Blue Echse funktioniert nicht mehr! Weil das Gamepad sich abgemeldet hat. Och scheiße.